Wir kommen jetzt zum Kuckuck. Auch der Kuckuck hilft wieder bei Beschwerden und Schmerzen im Schultergelenk, im Oberarm und entspannt auch den Brustwirbelbereich. Wir beginnen mit dem Test. Du arbeitest mit dem betroffenen Arm, also dort, wo du schon eine Begrenzung im Schultergelenk hast. Du stehst gerade, Kopf in der Mitte und hebst nun den betroffenen Arm nach oben, soweit es angenehm möglich ist, in die Ausgangsposition zurück, nach unten und dann nach hinten und guckst, was ist deine Sonnenseite. Okay, danke. Und jetzt gehst du in die Position zur Sonnenseite und hier machen wir die fünf Atemzyklen. Normal ausatmen, einatmen, ein Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, ausatmen. Einatmen, ein Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, einatmen. Ein Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, ausatmen. Ein Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, einatmen. Ein Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, ausatmen. Ein Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, einatmen. 1 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, ausatmen, 1 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, einatmen, 1 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, ausatmen, 1 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, normal, weiteratmen und den Arm wieder entspannen. Und jetzt testest du wieder aus, erst zur Sonnenseite hin, dann in die Ausgangsposition und in die entgegende Position. Und wieder in die Ausgangsposition. Danke.